Hallo liebe Freunde, Fredo und Heinz sind wieder am Start. Heute spielen wir Just Cause 2 Multiplayer Mod. Wir haben uns hier extra vor diesen wunderschönen Sonnenuntergang gestellt für das Intro. Und ja, wir haben uns überlegt, wir werden heute auch ein bisschen, damit es hier ein bisschen Action gibt, werden wir ein paar Dinge unternehmen. Und ja, die erste Idee, die wir hatten, ist, wir liefern uns ein Rennen. Deswegen sind wir hier schon mal am Racetrack. Im selben Auto, oder was? Das Rennen? Nein, ich bringe es natürlich an die Startlinie. Ich habe auch noch kein Hallo gesagt, hallo. Ich bin der Heinz. Ja, das ist der Heinz, der ist auch manchmal mit dabei. Ja, ich nehme das Bild auf übrigens und noch alles andere hier so. Ja, und ich rede nur und, naja, fällt so ein bisschen vor mich hin. Ja, ich würde sagen... Okay, es hat nicht funktioniert. Ich wollte hier aussteigen. Super cool mit dem... Warum kann ich nicht... Achso, jetzt geht's. Also ich würde vorschlagen, wir nehmen einfach beide hier so und die Autos, die da rumstehen, dann haben wir nämlich beides gleicher Auto. Und dann sollten wir uns beeilen, da sind schon wieder Leute, die bringen uns bestimmt gleich um. Okay, ich bin schon hier, so. Okay, äh, geht's los? Ja, ja. Es wurde auf mich geschossen. Autsch, ich wurde abgedrängt. Egal. Das heißt, ich gehe in Führung. Achso. Bist du das jetzt? Ne, du bist da hinten. Egal, äh, geht weiter. Also ist hier Fairplay ohne Boost oder so? Ja, natürlich ist hier Fairplay ohne Boost. Oh. Wir können gleich noch mal eine Boost-Runde machen. Mich wird geschossen. Übrigens. Wollte ich gerade mal nur sagen, so irgendwie Raketen. Also hier vorne, auf erster Position, ist es schön ruhig. Wir fahren übrigens die kürzere Variante hier unter der Brücke durch, gell? Achso, ja gut. Ich bin auf Position 3. Hier hat sich noch einer eingeschaltet in unser Race. Der, der... Chase Topter heißt er. Ah, 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 ah. Chase Topter. Ah, er hat mich abgedrängt. Der, der fährt unfair. Auf mich wird mit Raketen geschossen. Ja, sag ich doch. Das ist hier Rennen mit erschwerten Bedingungen oder was? Ja, ist wie Mario Kart. Ja, ich bin von der Strecke geflogen. Oh Gott, der, irgendwer ist gerade an mir vorbeigefahren. Ja, der Chase, der Chase Topter. So, hier komm ich. Wupp, wupp, wupp. Niemals wirst du mich besiegen. Ja, ich hab... Hier ist die Ziellinie. Ich hab gewonnen. Es ist alles fehlend. Explodiert. Na gut, dann, äh... Ja, wollen wir jetzt noch eine Runde fahren mit... ...boost? Ja, kriegt mich doch. Äh, hier, versuch mich zu kriegen mit Boost. Ich brauch keinen Boost, um mich zu kriegen. Du bist gerade voll außer Kontrolle hinter mir rumgeflogen. Ich hab... Also bei mir hab ich dich eben... ...wecke ran. Ja, aber ich bin einfach weitergefahren. Okay, ich krieg nicht. Huch. Da. Wo ist er denn? Da kommt er so an. Huch! Auf, mich wird geschossen. Ich kann dich nicht abdrängen. Du bist überhaupt nicht an mir dran. Also ich bin eben gegen dich gefahren. Erzähl mir doch nix. Du bist 50 Meter hinter mir. Mindestens. Ja, jetzt bin ich ewig hinter dir. Ah, fuck. Ja, genau. Und jetzt hast du einen Unfall gebaut. Genau, siehst du. Es hat alles seine Richtigkeit. Ich hab schon wieder gewonnen. Ich habe schon wieder gewonnen. So. Währenddessen du hier so bist, kann ich hier mal meinen Typ vorstellen. Hallo. Das bin ich. Ja, ich bin der Typ mit dem Anzug und Hut. Ich hab auch noch keine Waffe, wie es aussieht. Warte mal. Ja, ich hab mir das Typ schon vorgesorgt und kam deshalb was da. Hier, äh, hier SMG, äh, gekauft. So, jetzt hab ich wenigstens schon mal ein bisschen was. Firepower. Ja, ich, ich, ich kann ja meinen Typ auch mal kurz vorstellen, ja. Ich hab nämlich... Achso, meinst du, soll ich dich jetzt angucken? Ich filme dich. Achso, jetzt bin ich in die Heli gestiegen, weil ich dachte... Äh, okay, filme mich bitte. Während du die Welt untergeht, okay. Ja, warte mal hier, das wird geschossen. Äh, ich, ich muss, ich muss grad mal... Ja, ich schlage, wir schlagen zurück. Hüah! Wo ist er? Ich mach einen Luftangriff. Na, wo bin ich? Oh, ich bin tot. Uuuh! Okay, gegen Panzer hab ich keinen Schlau. Uuuh! Ja, aber er hat auch keine Chance gegen mich, weil ich stehe hier oben drauf. Hahaha. So. Nun. Dann mach ich jetzt den Wingshut an. Huup! Ja, ich, ähm, muss dann jetzt erst mal... So. ...mich wieder zu dir porten. Warte, warte, aber noch einen Moment kurz, bitte. Uuuh! Uuuh! Oh, und jetzt hier super Climb. So. Jetzt darfst du. Achso, du brauchst meine Nummer noch, ja? Ja, aber nee, finde ich selber raus, warte. 120. Gut. Guck mal, wie... ...wie ich das Spiel kann. Ja, wie ich genau weiß, welche Taste ich drücken muss. Ich kaufe mir noch eine Waffel. Was? 120? Ja. Hallo! Wo sind wir denn hier? Da, auf der Brücke. Sehr gut. Ich hätte gerne... ...die da. Dot, 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 dot. Ein Handy. Wow! Okay, alles klar. Wirst du das? Ach, was so. Okay. Nächste Aktion, würde ich sagen, oder? Ja, was ist die nächste Aktion? Na, ich dachte, du hast dich vorbereitet heute ausnahmsweise. Achso, ja, okay. Ich kaufe mir ein Auto. Das ist klar, dann kaufe ich mir auch ein Auto. Aber ein schönes. Ich hätte gerne... Grün, hätte ich gerne. Den auch. Grün, gelb. So. Und dann nehme ich hier das Sportscar und dann habe ich den auch. Ich fahre mal zur Sicherheit. Warte, ich habe es gleich. Ups, nee. Das war ja jetzt irgendwie nix, oder? Ja, das kommt davon, wenn man nach hinten guckt und nach vorne fährt. So, nun. Jetzt bin ich hier unten. Ja, aber da wollen wir ja gar nicht hin. Also, komm mal wieder hier hoch. Ja, es geht nur nicht, weil die Brücke ist da so und ich bin hier so nebendran so. Dann muss ich wohl mein Auto zurücklassen und mir ein neues kaufen. Uh, ich schicke dir meins runter. Habe ich nicht gesehen. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach oben. Okay. Ganz natürlich auch einfach bei mir. Das ist immer das gleiche mit dir. Ach, ja, warte. So, welchen hatte ich denn? Dumm. Willst du mal ein bisschen über das Spiel erzählen, oder so? Ach so, ja, natürlich kann ich gerne machen. Ah, 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 oh Gott. Jetzt bist du runtergefallen. Ja, bin ich. Moment, ich bin sofort wieder am Start. Aber derweil kann ich natürlich gerne was über das Spiel erzählen. Ähm, also das eigentliche Spiel ist ja Just Crossed Spy. Und das hat von Haus aus keinen Multiplayer. Also es ist nur Singleplayer. Man ist auf dieser Insel, die heißt Panao. Konfigier mich, wenn ich jetzt falsch liege. Äh, ne, ist schon ausrichtig. Okay. Ähm, und man ist eigentlich so ein Special-Guerilla-Unit-Typ irgendwie. Äh, und muss hier die Regierung kaputt machen. Und dafür halt so Missionen erledigen und so weiter. Und das ist eine riesengroße Map. Du kannst ja vielleicht mal die Karte auch machen und zeigen, wie groß die ist. Ähm, nehme ich jetzt die interne Karte oder nehme ich die vom Mod? Ne, ne, nehme ich die interne Karte. Pam! Da ist die Karte. Äh, Zoom, Zoom, Zoom. So, so groß ist die. Also es ist eine, wie man sieht, sehr große Karte. Und, ähm, ja, man kann sich auf der Insel frei bewegen. Und im Singleplayer muss man dann normalerweise einfach Missionen erledigen. Jetzt haben sich irgendwo ein paar findige Leute zusammengetan und haben ein Multiplayer-Mod gebaut, den wir jetzt hier gerade spielen. Also jetzt ist es möglich, sich auf öffentliche Server zu connecten oder sogar eigene Server, äh, aufzusetzen. Und, ähm, ja, man kann dann hier zusammen auf dieser Insel Unfug machen. Das ist richtig. Und, äh, du könntest auch nochmal sagen, wie viele Leute hier denn gerade mit auf der Map sind. Ja, aktuell sind hier mit auf der Map, äh, 143 Leute. Aber inklusive uns, glaube ich. Also mit uns 141 Leute. Ja. Und man hat gerade gesehen, ähm, da auf der Racestrike, auf der Rennstrecke, wurde ja fleißig auf uns geschossen. Äh, jetzt sind wir hier ein Stück weggefahren und es ist keine Sau mehr da. Ja, wenn wir, äh, ein bisschen, äh, das noch krasser machen wollen als auf der Racestrike, würde ich vorschlagen, einfach planlos durch die Gegend. Ich würde vorschlagen, wir gehen zum Flughafen. Weil's wir gehen? Oder wir fahren? Oder wir teleporten? Aha, das ist nämlich auch so ein eingebautes Gimmick hier von dem Mod. Weil die Karte so groß ist, kann man sich einfach teleportieren, ohne lange Wege fahren zu müssen. Ja, also einfach H gedrückt halten und draufklicken auf Airport. Äh, genau, hier geht das für eine Teleport-Wheel auf. Ich führe das hier mal vor, so, huuup. Und, äh, was sagst du? Airport? Ja, im Moment hat bei mir aber nicht funktioniert. Ah, da bin ich, Airport. So, genau, und jetzt, äh... So, jetzt sieht man auch schon oben auf der...